Es lohnt sich, diesen Land Rover einmal näher anzuschauen. In diesem Auto finden Sie einen Dieselmotor und eine Automatik. In diesem Auto finden Sie mehrere Extras, beispielsweise ein Navigationssystem, eine Geschwindigkeitsregelanlage und eine Klimaautomatik. Dieses Auto hat unter anderem auch ESP, hintere Parksensoren und Traktionskontrolle. Zur kompletten Ausrüstung gehören auch ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Haben Sie Interesse an diesem Auto? Dann rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017